Hi, hier ist der Schuh von AndroidPit.de. In meiner Hand halte ich zwei schöne Smartphones in der Hand, die über Fingerprint-Sensoren verfügen. Das heißt, man kann sein Telefon dann per Daumenabdruck oder per irgendwelchen anderen Finger, den ihr in der Hand habt, entsperren. Und OnePlus hat ja für das OnePlus 2 gesagt, es ist wesentlich schneller, dieser Fingerprint-Sensor, als beim Konkurrenten Apple iPhone. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir machen jetzt also den Fingerscanner-Vergleich zwischen dem iPhone 6 und dem OnePlus 2. Lange Rede, kurzer Sinn, starten wir einfach mal den Test, wer schneller ist. Und ich drücke jetzt den Knopf. Das ist nun mal so. Jetzt machen wir noch mal eine Wiederholung. So, alles mal zu. Der Vorteil vom OnePlus 2 ist natürlich, dass er keinen physischen Button hat, sondern der Scanner einfach ein Sensorfeld ist. Und jetzt drücken wir mal und boom. OnePlus 2 schlägt das iPhone 6 in der Form, dass es eben halt sich schneller entsperren lässt. Ihr habt es gesehen in dem Vergleich hier. OnePlus 2 versus das iPhone 6 Plus. In dem Fingerscanner-Vergleich hat das OnePlus deutlich das iPhone 6 Plus eben halt geschlagen. Das liegt aber auch daran, das kann man ja einfach auch hören, dass hier endlich immer eine Taste gedrückt werden muss, um das Gerät zu entsperren. Und hier nämlich nur ein Sensorfeld da ist, um das zu entsperren. Das hat natürlich den Vorteil, dass man nur einen Schritt machen muss für das OnePlus 2 generell, aber trotzdem immer noch das OnePlus 2 schneller beim Entsperren. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr natürlich bei uns auf der Webseite unter Android.de. Dort gibt es auch den ausführlichen Review zum OnePlus 2. Dort unbedingt noch mal einen Blick reinwerfen. Und wenn ihr jetzt noch sagt, hm, wir hätten gerne noch ein paar andere Vergleiche von OnePlus 2 versus diverse andere Geräte, dann schreibt das in die Kommentare hinein. Wenn ihr das Video mögt, dann teilt es auch noch gerne mit euren Freunden und folgt uns in den sozialen Netzwerken und so weiter und so fort. Mein Name ist Schuh, wir sehen uns richtig bald wieder hier in diesem Kanal.